Hallo Leute, hier ist mal wieder euer Peter Mupfel mit einem neuen Special Report von GTE Online. Leute, heute habe ich ein Stuntrennen für euch. Und zwar habe ich das Mupfel Stuntrennen Wow genannt. Warum Wow? Weil ich gesagt habe, wie ich das gefahren bin, das erste Mal Wow, ist das geil. Okay, geholfen hat mir bei diesem Praxistest, den ihr jetzt hier seht, georgschott.de und schereblock 0146. Danke euch zwei, da war doch ein dritter dabei, aber der hat den Stand verabschiedet. Irgendwie hat er das nicht auf die Rolle gekriegt. Ist auch nicht schlimm. Jetzt zeige ich euch meinen Stuntrennen Mupfel Stuntrennen Wow. Ich wünsche euch viel Spaß, kommentiert das Ganze natürlich, damit ihr, wenn ihr das fahrt, ne, ihr könnt das ja fahren. Link lege ich übrigens runter in die Videobeschreibung. Und da könnt ihr das dann direkt vom Soldier Club auf eure Konsole laden, allerdings nur auf die Xbox One. Okay, eine Playstation 4 Version gibt es noch nicht. So, wie ihr seht, habe ich jetzt Booster eingebaut und raste hier in den ersten Looping rein. Und der Looping ist relativ einfach, wenn man das Lenkrad nicht verreißt. Aber ich will nichts vorweg nehmen, guckt euch das erstmal an. Das Rennen wurde übrigens dann noch richtig spannend. Zum Anfang bin ich natürlich den Annel weggefahren. Ich habe es ja auch erbaut, ich weiß, wie man das Ding fährt. Habe ja lang genug oder oft genug Tests gefahren. So, wie ihr seht, geht es jetzt bergauf, auch wieder mit diesen, ja, Booster, nenne ich sie immer ganz gern. Wo man ein bisschen Power kriegt. Und jetzt sollte man weg vom Gas und ein bisschen langsam machen, weil sonst knallt man da oben gegen irgendeine Mauer und es bringt nichts. Lieber ein bisschen langsam und dann Vollgas geben, wenn man wieder, ja, die Röhre unter den Reifen spürt. So, dann fährt man hier in der Röhre rum. Da das zu langweilig ist, habe ich auch noch ein bisschen Speed eingebaut. Und hier, Leute, werdet ihr gebremst. Keine Absicht musste sein, weil man ist nur noch runtergefallen. Man konnte nicht runterfahren, also habe ich eine Bremse eingebaut. So, wenn man das alles beachtet, dann kann man das Rennen sehr gut fahren und mit ein bisschen Glück sogar gewinnen. Jetzt hier an die Mauer krallen, wie eine Spinne und natürlich gleich weiterfahren, ne. Und die Röhre runter. Ich bin immer noch auf Platz 1, was sich aber leider im Laufe des Rennens, nämlich schon mal vorweg, doch etwas ändern wird. So, immer schön ausbalancieren und vorweg. Also ich finde diesen Editor wirklich sehr gut. Leider musste ich feststellen, dass sich viele dran tun und ja, keinen gescheiten Test dann machen. und Rennen veröffentlichen, die eine Katastrophe sind, die einfach nicht fahrbar sind, was ich fürchterlich finde. Ich habe für das Ding hier 8 Stunden gebraucht. Jetzt passt mal auf, guck, jetzt habe ich mich verzogen und ein bisschen zu fest nach rechts gedrückt. Und schon bin ich draußen und zweiter. Was mich natürlich tierisch geärgert hat, ausgerechnet bei dem Testrennen. Und ja, denkt man, ja, mit ein bisschen Glück gibst du mal Gas. Vielleicht holst du den anderen noch ein. Übrigens war das der Schereblock, der mich da überholt hat. Und denke mir, mit ein bisschen Glück hole ich den noch ein, weil er ist ja erst eine Runde gefahren. Und ich kenne das Rennen natürlich noch nicht so gut wie ich und die Feinheiten. Deshalb habe ich größte Hoffnung, dass ich ihn noch kriege. Da oben, denke ich, müsste ich ihn schon kriegen, weil ich sehe, er dreht sich. Sieht man im Radar ein klein, dann hat er zu viel Gas gegeben, aber er ist schon wieder unterwegs. Ich habe wieder ein bisschen Gas weggenommen. Allerdings, wie ihr seht, hatte ich mehr Speed als vorhin. Und bin jetzt wieder hier oben. Und denke, man, 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 den kriegst du nicht. Wenn der jetzt ein bisschen sich erinnert, wie er die letzte Runde gefahren ist, ist es vorbei. Umso überraschter war ich, wie ich ihn jetzt da unten rumkrabbeln sah und denke, jetzt habe ich ihn. Weil anscheinend hat er sich hier gedreht oder ist nicht gescheit aufgekommen. Und somit hatte ich den Vorteil, dass ich an einem vorbeigezogen bin, wie ihr gesehen habt. Also ich finde das Rennen echt klasse. Also meiner Meinung nach, nach den 8 Stunden Arbeit, eigentlich zu klein. Ich hätte es ein bisschen größer bauen sollen. Aber es sieht einfach aus. Aber wenn man die Feinheiten noch rausholt und Sirenen einbaut, also diese Special Effects, ist es nicht so einfach. Bumm! Und ich bin erster und habe gewonnen. Okay, also wie gesagt, wenn ihr Interesse an dem Rennen habt, liegt unten der Link zum Social Club. Könnt ihr es auf die Xbox One laden. Oder ihr fahrt das Rennen einfach mit mir, wenn ich es aufrufe. Oder einer meiner Crewmitglieder zum Beispiel. Fahrt er mit und markiert es mit LB. Wie ihr ja alle wissen dürftet. Okay, ich bin für heute mal wieder raus. Ich wünsche euch was. Euer Peter. Euer Peter. Euer Peter. Vielen Dank.